Nicht lange haben wir gehört, dass du sie zuhochennennst. Ich hole mich doch alle Zeit. Ja, um was geht es? Und zwar machst du heute den neuesten Trend, GPS-Art. Da kann man Kunstwerke wie diese machen. Dinosaurier, Velofahrer oder einfach Pimla-Himmelzeichen als Piloten machen. Und das ist deine Aufgabe. Und zwar funktioniert GPS-Art so. Wir tun den GPS-Tracker ans Handgelenk. In deinem Fall die neue Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Mit dieser läuft man am Arm dünner Stadt und zeichnet ein Muster auf einer Karte. In deinem Fall ist das Muster ein Herz mit einem Umfang von mindestens 5 Kilometern. Oh! Und der Scheren ist der Kunstkritiker am Schluss. Er sagt, ob das ein Herz ist oder nicht. Und Scheren, ich erwarte von dir nicht zu bescheissen. Ich weiss ja, du hast ja auch bei uns die Wochenende. Aber der Stundenlohn ist zahlt, Scheren. Ich habe immer gefragt, welche Idioten machen so Zeug in ihrer Freizeit. Oh! Ja, ich! Ja, Mann! Dann muss man einfach drauf los. Und dann schauen, dass es ein Herz gibt. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm, machen wir eine schöne Stadtführung. Wird mega spannend. Komm! Laufen, 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 laufen. Weiss ich, warum es mir jetzt immer so Aufgaben gibt? Hier, da... Wie hat es geheissen? OL. OL! Hier OL. Jetzt ist die Stadt draufgegangen. Ich kann selbst für meine Fitness schauen. Schau mal, was erinnert es dich? Ja. Filmklassiker. Rocky! Kannst mich gut inszenieren, voll. Oh! Oh, der Post zeigt es. Rogen 140. Haha! Hey, keine Kondition mehr. Ersten Strich habe ich. Alles geht aus. Okay, durch das Fütteln vom Herz. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja. Ach so! Oben, das Fütteln vom Herz. Ja, okay. Ja, das ist gut. Super. Querfeldein. Irgendwo über Baustellen laufen. Es ist mir egal. Ja, das Wuppenheim. Hier geht mein Herz durch. Genau wie. Ah, kann ich es eigentlich noch? Seitdem soll ich mich für schlimm besser, was ich jetzt auch machen. Nein, das ist nicht mal eingezeichnet. Es soll so ein schönes Herz entstehen. Zickzack, Mann! Ja, komm. Das wird, glaube ich, nicht. Das wird, glaube ich, das teuerigste Herz. Eben! Ja, nein. Das ist nicht der Projekt. Du bist einfach los. Fuck! Und vor allem viel zu kurz. Das ist jetzt nur ein bisschen mehr als ein Kilometer. Also, jetzt bin ich auf der Karte für mich. Ich bin schnell in mein Schneckenhäuschen zurückgezogen. Und schaue alle, wo wir genau durchgehen. Eine Ewigkeit später. Herkommen. Wir bewegen uns jetzt auf den Herzweg. Also komm, es geht hier durch. Ich fange eineinhalb Kilometer. Oh Mann! Ist das eine tolle Aufgabe. Aber haben wir schon mal gesehen? Ist das eine gute Aufgabe? Hat das schon jemals einer gesehen? Warum? Es wiederholt sich einfach auch ein bisschen. Weißt du, wenn es mir ein bisschen Sightseeing machen könnte? Ein bisschen meine schöne Stadt zeigen. Wow! Huhu! Es ist eine weitere Ballstelle. Den Boden hat man einfach mal wieder aufgemacht. Also, ich höre jetzt ein bisschen. Und was ist jetzt genau die Situation? Der Scherer mit dieser 10'000 Franken-Kamera. Oh, es tröpfelt. Jetzt müssen wir schnell in ein Restaurant eine Pause machen. Das geht dann auf meinen Freitag, gell? Und die Rechnung geht auf dich. Es tröpfelt immer noch. Schau mal auf die Uhr. Was wir hier für Zeit verdäuten? Wegen dieser Kamera. Das zieht noch nicht weg. Ich finde es eine Frechheit. Wir schweigen uns an, also komm. Warten wir noch ein bisschen. Ich muss dröpfelt noch gehen. Willst du uns das Dessert holen? Schau hier, geradeaus. Das Herz muss hier gerade liegen. Ah, ein bisschen Spass muss ich sagen. Wir haben natürlich auch immer noch Zeit mit diesen roten Anten. Komm, ich schaue kein Kind zu. Komm, schlecht! Das ist die schöne grüne Aare. Vor allem die, die sie nicht kennen sollten. Und da hinten, wie ich mir richtig gesagt habe, ist der Tierpark Delhölzli. Und dort, wo ich mich noch erinnere, habe ich auch mal am Wochenende eine Aufgabe gehabt. Ein Selfie machen. Unter anderem mit den fleischfressenden Geissli. Scheren! Jetzt ist er wieder umgeholt. Hey, stopp jetzt! Jetzt ist die Nied... Nein, ich habe nicht Angst. Aber... Ja, ja, mach die Hose! Die Beissen! Ah! Siehst du den? Siehst du den? Ah! Nein, Simu! Nein! Komm hinten drauf! Es ist unser Wochenende. Komm ein paar Meter! Das zählt nicht! Simu! Das zählt nicht! Du bist so ein ugerer Spirrl für die Erde. Du hättest schnell am Wochenende. Komm wir laufen! Mega schöne Herzruten hier. Wir geben die Uga mehr Herzrücken als Störungen. Wir haben gesagt, wir haben die Uga eigentlich noch gerade, wie hoch mein Ruhepause ist oder laufen. 130! Ah! Das hört nicht auf! Komm, Schengel! Geh! Nein, warte, Mann! So, jetzt noch die letzten paar Hundert Meter oder Kilometer und dann habt ihr euch verdammte Herz. Ich mache so etwas für die Liebe. Tida! Ich weiss nicht, was mich angeschissen hat. Ob der OL dann zumal oder jetzt ein Herz. Aber ich meine, das ist noch etwas für die Nachwelt. Ich hoffe, das wird jetzt auch ganz häufig googelt. Schlussendlich entscheidest du. Du hast es gesehen und siehst. Ja, das klingt ein Herz aus. Wochenende. Happy Weekend and Spalti! Jahrhundert Als sie noch bei den doctrines Erms 70 Prozent verbebeffe. So etwas Faster istbar.